Produzieren die jetzt unendlich oder wie? Das ist ein Wettbewerb, aber das ist ein Wettbewerb. Ähm... Bin ich gerade durch die Wand geglitscht? Ah... Das war sinnvoll... Nein! Ich verstehe das nicht... Mal sehen, wo mich das hier hinbringt... Okay. Okay, ich verstehe immer noch nicht, wo ich hin soll. Okay, das führt. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier, Gott verdammt. Spring doch! Oh. 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 Okay. Hey, haben wir euch das gerade nicht gesehen? Wohin? Ah, okay, da hat das seine Level-Ende wohl nicht getriggert. Ja, nicht schlecht. Was sieht Eggman denn hier aus? Haben die da ein Modell vergessen? Ich sehe ihn direkt da, Eggman! Get a load of this! 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 Oh. It's no use! It's no use! Oh god. That come ain't a woman. Get a load of this! Get a load of this! Get a load of this! It's no use! Oh god. Get on the spinning needle and you can make it to the cockpit. Get a load of this! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ha ha ha! Ha ha ha! See if you can make it through here, Sonic. Ha ha! Get a load at this! Get a load at this! So, gleich wird's spannend. Jetzt fängt er an, Bullshit einzusetzen. Get a load at this! Get a load at this! Get a load at this! Ha ha ha, it's no use. Give up! Ha ha ha! See if you can make it through here, Sonic. Get a load at this! Get a load at this! Get a load at this! Ha ha, it's no way! I can't... Ha ha! Ich glaub, man muss ihn sogar siebenmal treffen. Ist ja noch schlimmer. All systems! Full power! Oh, Gott. Ha ha! It's no use. Iva! Ha ha! IÉ! Ich hab' verstanden, wie es funktioniert. Ah! Er wird nicht wegziehen können! Ha ha! Ist ja nie用�! Iva! Keine Waffe! Ich kann esley YEUS! Schau auf! Er ist abgerufen! Er ist etwas an. Ernsthaft? Ist das fucking ernst? Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben, ich kann es glauben! Ernsthaft? Gott, war das Kacke. Nie wieder. Dieses Kack-Ding. Das Kack-Ding. Ja. Das Kack-Ding. Ja. Okay, was? Sonic springt von der Klippe, super. Und das war dann wohl Sonic's Story von der ganzen Sache. Muss ich jetzt schon die Credits gucken? Offenbar, ich kann offenbar die Credits nicht überspringen. Was mich jetzt überrascht, weil eigentlich gibt's ja noch fünf andere Charaktere. Hm. Well, I don't show up, don't criticize. Jedenfalls, Gott, weil die sagt, Boss ein Krampf. Der Rest ging ja eigentlich alles, aber... Hätte ich nicht so viele Leben schon einfach alle gegrindet vorher. Das heißt, das ist gegrindet. Ich hatte sie ja schon vorher, weil das Spiel so relativ leicht war. Aber der Boss... Gebt einem Boss nicht Bullshit. Mal ganz ehrlich. Nee. Na, wenigstens sind die Credits nicht besonders lang. Oh. Nee, jetzt kommt's auch mit dem Staff von dem Original. Das ist so genial. Ja, ich kann's... Ja, ich kann's... Das ist so genial. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017